Es geht um die Fehler, die wir beim Segelboot Refit gemacht haben. Wir starten mit den harmlosen Fehlern und arbeiten uns vor bis zu den Fehlern, die das Boot versenken könnten. Wir haben vor fünf Jahren eine Contest 32 gekauft. Das heißt, das Boot ist zehn Meter lang und ist von 1978 damit älter als ich. Es gibt also viel zu tun und es gab damit auch viele Gelegenheiten Fehler zu machen. Und hier kommt unsere Top 8 oder Flop 8. Eine der Arbeiten, die wir in unserem fast der einjährigen Aufenthalt an Land gemacht haben, war das Unterwasserschiff zu erneuern. Wir haben Kappercode aufgetragen und dafür wollten wir die Wasserlinie auch etwas nach oben ziehen, da es eigentlich zu niedrig war und damit immer so halb im Wasser hing. Und ich hatte mir zwar ungefähr aufgeschrieben, wo die Wasserlinie hin soll, hatte aber irgendwie nicht mehr nachvollziehbar für mich heute. Ja, ich hatte keine Markierung direkt am Rumpf gemacht und habe dann später festgestellt, an Land, da ja Zora auch nicht gerade stand, also wir waren da halt aufgepeilt auf irgendwelchen Holzböcken. Das sind einfach nicht die richtigen Voraussetzungen. Ja, und dann habe ich festgestellt, ach du Schande, wie soll ich das denn jetzt machen? Es hat dann tatsächlich nur funktioniert, weil ich die Originalmarkierung am Rumpf gefunden habe, als ich den ganzen Rumpf neu gemacht habe und das dann da drüber setzen konnte. Also ich weiß nicht, ob noch jemand anders so dumm ist, wie ich. Zeichnet euch das vorher an, wo ihr es ungefähr haben wollt. Bei uns war es auch irgendwie nicht ganz gerade. Macht da Markierung und ja, falls ihr könnt, nehmt vielleicht irgendwie so einen Laserpointer, um eine gerade zu machen, was natürlich nur funktioniert, wenn das Boot dann auch gerade ist. Aber macht euch auf jeden Fall Markierung. Wo ich jetzt einmal anfange, über Fehler zu reden, fallen mir immer mehr ein. Zum Beispiel, wir haben auch den Überwasserrumpf ja neu lackiert, einfach weil wir es auch mal ausprobieren wollten und weil es relativ schnell ging. Und wir haben es nur mit einer Lage lackiert, also mit einer Schicht Lack. Und das war natürlich viel zu wenig. Das hat man jetzt auch gesehen. An der Wasserlinie ist es angefangen oder fängt es jetzt an abzugehen, dass jetzt danach da noch mehr kaputt gegangen ist. Okay, aber da hätten auch zwei Schichten Lack nicht geholfen. Aber für die Wasserlinie, da sah man doch deutlich, dass eine Schicht Lack zu wenig ist. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Verstärkung geholt, damit es nicht nur um meine Fehler geht, sondern auch um ein paar Sachen, die vielleicht... Ich weiß nicht, was ich hier soll. Na ja, vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, die bei Tobi auch mal nicht geklappt haben. Die Lupen? Ja. Die sind, ich sehe hier, gucke hier gerade nach oben und sehe, dass die mit einer schwarzen Mülltüte über 6 sind. Ja, wir hatten schon eine ganze Weile her, hatte ich neue Lukengläser geschnitten und das ging soweit ganz... Drei oder vier Jahre? Ja. Das ging ganz gut. Wir hatten einfach nur das Plexiglas gekauft und ich hatte die dann mit der Flex zurecht geschnitten, das hat erstaunlich gut geklappt. Na ja, egal. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, ja, ich weiß, man soll die Gläser primern, damit die Dichtmasse daran gut hält und das habe ich nicht gemacht. Ich dachte, das gute Pantera wird schon irgendwie kleben. Ich weiß nicht, warum ich mir das damals nicht gemacht habe, die Mühe. Wenigstens hätte ich die Klebeflächen ja anschleifen können, aber auch das habe ich nicht gemacht. Ich habe es nur entfettet. Also die Lukengläser müssen noch mal raus und... Ach, ich mache es wieder ohne Primer, würde ich sagen, aber ich probiere es jetzt mal mit anschleifen. To be continued. Von Anfang an war klar, dass ich die ganzen Glasfaser-Epoxy-Arbeiten machen werde, da Tobi sich einfach mit Elektrik so viel besser auskennt, dass wir uns einig waren, dass das mein Aufgabenbereich wird. Und ja, ich weiß zwar theoretisch, wie es funktioniert, kann auch die Formeln aufzeichnen, aber man muss doch erstmal einiges an Erfahrung sammeln, finde ich, bevor es gut funktioniert, um auch so die kleinen Fehler herauszufinden. Dass man es zum Beispiel bei der richtigen Temperatur benutzen muss, als ich das erste Mal was geglasfasert habe. Das war der Deckel der Ankerkiste. Da habe ich das zwar im Kalten gemacht und wir hatten Epoxy. Ich habe das aber, glaube ich, in eine hohe Form gefüllt und war dann damit auch in der Sonne. Das ist ja immerhin noch Griechenland. Es war zwar Winter, aber es war, glaube ich, in der Sonne wahrscheinlich 20 Grad. Und dann kann die Wärme nicht so gut abziehen durch die hohe Form. Also hätte ich es wahrscheinlich im flachen Behälter gemacht, wäre nichts passiert. Und das Epoxy ist dann abgegangen. Also das heißt, es hat total geraucht, ist warm geworden. Und ich war so, äh, ja. Also bei Epoxy gibt es viele Sachen, die man falsch machen kann. Ich fand es übrigens sehr gut, dass ich erst mit einfachen Aufgaben angefangen habe, weil das ist natürlich überhaupt nicht kriegswichtig. Und erst als ich mehr Erfahrung habe, kamen wir dann zu den Sachen, wo ich Borddurchlässe zugemacht habe oder den Riss im Rumpf. Also fangt vielleicht erst mal mit einfachen Sachen an, einfach um ein Gefühl zu kriegen, um dann auch zu wissen, wann man Polyester nimmt, wann Epoxy, ja, um einfach so ein bisschen die Feinheiten rauszukriegen. Etwas, was ich zum Beispiel auch bei meinem ersten Projekt falsch gemacht hatte, war bei der Ankerkiste, die wird unten durch so ein Holzstück stabilisiert und das ist da ran ge-epoxied. Und ich wusste jetzt nicht, dass man bei diesen 90, ja quasi 90 Grad Winkeln, unten erst so eine, ja, eine Schlange von Spachtel ran macht und das dann mit dem Finger einmal so drüber geht, weil man ja mit der Glasfaser, nicht so ne, so 90 Grad Winkel überbricken kann, weil es dann einfach klar ist, dass es reißen wird. Was bei uns auf jeden Fall ein ständiges Problem ist, ist, dass wir uns zu viel vornehmen. Als wir das eine Jahr oder ja die neun Monate in der Werft waren, hatten wir eigentlich vor, den Rumpf zu erneuern mit Kappacot. Wir wollten das Kappacot eigentlich nicht kaufen, sondern selber mixen. Ich wollte die Wanden durch Dyneema ersetzen, Sprayhood bauen. Also auf jeden Fall machen wir es immer wieder, dass wir die Arbeit unterschätzen, weil alleine jetzt herauszufinden, was man genau nehmen müsste, um quasi Kappacot zu mixen. Die ganze Recherchearbeit, ich habe da letztendlich aufgegeben und gesagt, die Zeit, die ist es nicht wert, da bezahle ich lieber das bisschen mehr und dann kaufen wir das und ich weiß, dass es funktioniert. Ja, vor allem, weil es ja auch immer oder oft neue Sachen sind auf dem Boot, mit denen man sich auseinandersetzt. Sachen, mit denen man sich vorher noch nicht beschäftigt hat. Und eigentlich hatten wir ja geplant, zwei Monate oder so auf der Werft zu sein und dann waren wir letztendlich neun Monate auf der Werft. Ja, das mit der Zeitplanung ist einfach, das ist ganz schwer. Man kann natürlich immer einfach sagen, irgendwie egal was man anfasst, immer viermal die Zeit rechnen. Das könnte schon mal helfen, aber ja, am Ende kann man einfach viele Sachen nicht einschätzen. Das war zum Beispiel die Püttinge, die wir endlich kontrollieren wollten auf der Werft. Wie das Ergebnis der Kontrolle ist, kann man vorher eben nicht sagen. Sonst müsste man es nicht kontrollieren, wenn man schon vorher sieht, dass sie nicht in Ordnung sind. Und wenn man dann feststellt, dass die Werft nicht das gebaut hat, was der Designer geplant hatte und damit alles noch mal umständlicher wird, da sind Zeitpläne einfach. Ja, ja, also ich meine, es hat... Wenn die Zeit knapp wird, dann kommt das auch hin und wieder zu irgendwelchen Schnellschützes, ne? Bestimmte Sachen fallen dann hinten über so ein bisschen. Den Inverter, da war mir schon klar, dass es nicht ganz optimal ist, den unterm Bett einzubauen, ganz hinten, wenn die Batterien hier vorne sind. Das habe ich dann aber trotzdem gemacht und das hat aber leider dann natürlich zu viel Kabelverluste gehabt, beziehungsweise hätte man viel dickere Kabel legen müssen. Unterm Bett war das Ding auch nicht so gut aufgehoben. Zusammen mit der Zeit, die falsch eingeschätzt wird, werden dann halt auch die Kosten falsch eingeschätzt. Wir hatten zum Beispiel gedacht, dass wir zwei, drei Monate in der Werft sein werden und sind dann nach Syros gegangen, weil da kannten wir die Insel, die mochten wir. Uns war klar, dass die Werft nicht ganz günstig ist, aber wir hatten gesagt, na ja, Gott, für die zwei Monate ist es völlig egal und das stimmte eben so nicht. Wir hatten noch relativ viel Glück, weil wir wollten eigentlich auf jeden Fall ein Apartment nehmen und haben zum Glück kein Passendes gefunden. Das wäre alles zu weit weg gewesen und nur über ewig viele Treppen erreichbar. Das heißt, man hätte dann nicht mal mit dem Fahrrad fahren können. Also hätten wir auch noch das Apartment genommen und dann vielleicht dementsprechend im Boot alles auseinandergerissen, dann hätte man hier nicht mehr wohnen können. Also das sind, glaube ich, ich glaube, das passiert nicht nur uns. Vor zwei Jahren haben wir die Wanden am Großmast ersetzt. Also wir haben selbst ausgemessen und dann in Deutschland bestellt. Und da war ich ganz schön aufgeregt, weil es ja doch relativ teuer ist, das zu machen. Und da hätten wir uns auch fast verstellt, also verbestellt. Wir hatten jeweils bei den Wanden, also jeweils Steuerbord und Backbord, einen Unterschied gemessen. Also ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, aber lass es zehn Zentimeter Unterschied gewesen sein. Und wir hatten dann gedacht, ja unser Mastfuß steht nicht ganz mittig im Schiff, vielleicht kommt es einfach dadurch zustande. Und da haben wir dann lange drüber nachgedacht, aber dann irgendwie doch gedacht, ja nee, ist schon komisch. Und haben dann nochmal ganz von vorne angefangen, alle Wanden gelockert und nochmal eingestellt. Also vorstark, backstark, dann nochmal Seitenstarke. Ganz genau geguckt, dass der Mast gerade steht, nicht nach vorne oder hingekippt, nicht zur Seite. Und nachdem wir dann alles nochmal genau gemacht hatten, kamen auf einmal ziemlich gleiche Werte draus. Also hatten wir nur noch einen Unterschied von, ich weiß nicht, ein Zentimeter vielleicht pro Seite. Und das kann dann schon irgendwie durch die leichte Schieferstellung des Mastfußes kommen. Aber das war auf jeden Fall richtig gut, das alles nochmal neu durchzugehen, nochmal einfach quasi von Null anzufangen, dann nochmal alles durchzugehen, um sich sicher zu sein, dass man alles gemacht hat. Der beste Tipp für mich war dabei, ein Fall zu nehmen, was mittig am Großmast angeschlagen ist und damit zu beiden Seiten zu den Chainplates zu gehen und zu gucken, ob es quasi die Chainplate jeweils an der gleichen Stelle des Falls trifft. Also ob das wirklich im gleichen Verhältnis ist. Und dabei habe ich dann auch gesehen, dass die eine Seite ein bisschen off war. Wie also mit sehr leicht, aber mit leicht, ich weiß nicht mehr, welche Seite sind, dass wir zu einer Seite gebogen im Mast gefahren sind. Und manchmal muss man wirklich nochmal alles genau überprüfen, weil man sonst irgendwelche Fehler von früher, vom Vorbesitzer oder von sich selbst, die sich irgendwie eingeschlichen haben, übernimmt. Nachdem ich jetzt fast die falsche Wandenlänge bestellt hätte, kommt jetzt noch ein Fehler, den wir sicherlich auch sehr bereut hätten. Auf jeden Fall, ja. Ja, als wir die Borddurchlässe ausgetauscht haben. Also als wir den ganzen Rumpf gemacht haben, auch das Kappacode und in dem Zuge auch alle Borddurchlässe neu gemacht haben, waren so viele Projekte am Laufen, dass ich beinahe, weil es auf der Insel keine anderen Borddurchlässe gab, beinahe CE, also Messing-Borddurchlässe anstatt Bronze-Borddurchlässe gekauft hätte. Ne, ich habe die sogar gekauft. Genau, wir hatten die schon. Ja. Ich habe die sogar gekauft. Es war nichts anderes da. Und ich hatte den Kopf voll mit 1000 Projekten und habe gesagt, gut, ist jetzt nichts anderes da. Wir wollen fertig werden. Dann kommen die da jetzt rein. Und das wäre auf jeden Fall totaler Quatsch gewesen. Der Aufwand ist so groß und wir sind seitdem nicht mehr aus dem Wasser gewesen. Das Ende der Lebensdauer wäre jetzt schon erreicht. Das Problem mit den CE-Borddurchlässe ist einfach, dass ein höherer Anteil an Zink drin ist und die sind dann einfach nicht so handhaltbar. Die entzinken dann. Im Salzwasser besonders, genau. Im wärmeren Salzwasser besonders. Ich weiß gar nicht, die garantierte... Fünf? Ja, sowas. Die sind genau, das CE garantiert fünf Jahre Lebensdauer oder sowas. Das Problem ist ja, man kann es so schwer überprüfen, weil man sieht ja gar nicht alles an den Borddurchlässe. Ja, natürlich. Und wenn dann quasi das Zink raus ist, dann wird das Material pürös. Drücklich. Ja. Fricht. Und fricht im Zweifelsfall. Ja. Also auf jeden Fall Bronx-Borddurchlässe oder... Oder Composite, also Kunststoff-Composite-Borddurchlässe natürlich. Wobei, da sind die Bauformen eben ganz anders. Die sind halt größer einfach. Und wir hätten hier praktisch nirgendwo... Also wir haben ein paar Composite-Teile in den Borddurchlässen. Also zum Beispiel Schlauchstutzen oder mal ein Winkelstück. Ähm, sowas. Aber es hätte hier praktisch nirgends... Hätten nirgendwo die größeren Composite-Borddurchlässe gepasst. Eine andere Sache ist noch, dass die bei gleicher... Bei gleichem Schlauchdurchmesser oder bei gleichem Nenndurchmesser in der Regel eine kleinere Öffnung haben. Also, wenn man die 1 zu 1 tauscht von der Größe, hat man unter Umständen weniger Durchfluss. Was natürlich in einigen Punkten kritisch sein kann. An einigen Stellen kritisch sein kann. Wir finden es wichtig, über Fehler zu reden. Deswegen schreibt doch in den Kommentaren, was ihr schon für Fehler gemacht habt. Und, falls ihr doch lieber mehr von unseren Fehlern sehen wollt, dann schaut hier.